ASSALAMALAIKUM BOUCHACHOS! Wir sind am Stisse mit Rainbow Six Siege, rankt! Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Freizeitpark, zusammen mit Mabossa Hallihallo! Pow pow! Unterscheidt gerade einer echte Best Map mit Turm. Alter! Also Freizeitpark und Turm sind beide so Maps und... Nein! Das war vermutlich auch eher ironisch gemeint von ihm. Wer weiß, wer weiß. Vermutlich mag er die auch beide nicht. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, was zocke ich denn, Alter? Mhm, geht mir auch gerade so. Ich glaube, ich mach Twitch. Twitch ist eigentlich immer ein guter Pick für mich. Teetassen, auch guter Pick. Mal sehen, mal sehen, mal sehen! Bonn Reise! Bonn Reise, Muchachos! Auf geht's! Erste Runde, er beginnt. Wir sind Drogenlabor. Ne, stimmt gar nicht, oben. Gut gemacht. Dann auf jeden Fall ein Café. Café Ryan. Und wir checken natürlich unten die Toilette ab. Ob da ein Pult rum pümmelt. Wenn wir überhaupt einen Pult haben. Ich glaube, ich bleibe mit meiner Drohne erstmal hier aus, wo ich hochfahre. Da unten ist die Bakery, die da irgendwie Twitchen kommen, okay sogar. Ich denke, aber du hast keine Hobbys oder was? Ich habe keine Hobbys. Ey, Frosh, ich habe keine Hobbys. Frosh, ich habe keine Hobbys. Ey, Frosh. Äh, Bennet hat da nen Bitch-Spot daraus. Oh, hier ist ne Lesion. Leute, die hat hier oben ne Trap hingehauen. Nein, Stachylrad. Fick dich! Okay, da haben wir auch ne Frost-Trap. Ich glaube, ich könnte mal durchrennen, obwohl ich guck unten nochmal. Ne, warte zum As-Free, dann renne ich durch. Ja? In die Eier. Digga, warum fehlen da was? Ich hab jetzt ein H gezeichnet, ne, ein A! Wie? Wie? Aber vor allem, wieso? Okay, Hauptsache da ist noch ein Loch drin. Woah! Ach, du Käse! Bei uns kommen wir noch Free. Fuck, da vorne ist Ciao, Kakao. Ah! Fuck! Ey, lass uns dich gerade so wegficken. Digga, wir haben doch sogar... Lade nach! Ja, schön. Oh, hier, bei mir, bitte, bei mir, bitte, bitte, bitte! Oh nein, okay, zu spät. Alter, sieht der böse aus. Digga, der Blitz muss doch viel mehr Druck machen! Ich schade nach! Feuer schon! Ey, Fick dich! Ey, Fick dich! Ey, dann kommst du nicht mehr. Fünf Sekunden. Fuck you! Da wird's nicht mehr vernünft. Fuck you! Naja, einer rechts, äh, links, oder? Da wird's vielleicht nur gestorben. Oh, behindert, Alter, das haben sich wieder alle wegholen lassen. Please! Ja, ich musste leider die Position wechseln, weil wir nicht weitergekommen sind. Und dabei bin ich leider draufgegangen. Also, wir nehmen jetzt Pools und ich will... Boah, auch Kindertagesstätte? Oh, ich nehme... Capcan. Capcan! Kindertagesstätte bin ich auch für. Sehr schön! Schon wieder... es lief und es läuft gut. Digga, du! Warum? Warum? Rook... Vergiss nicht, die Panzerung zu nehmen. Ja. Aber wann wird da zuge.. verstärkt. Gute Frage. I don't know. Don't! Don't, Elad, don't! Was? Hallo? Nur noch 5 Sekunden! Hey, ich hab mir gespielt! Ah, wohin soll ich? Hier! Oh, oben ist ja schon Action! Wo ist Action? Oben, zwei Leute sind kurz vor Café. Einer läuft übers Dach, weg! Hört sich an, als würden sie von Trains kommen. Frühgangsperre, vermutlich Café. Ja. There is someone in Café. Was? Auf der Seite ist Schild. Ne, Fuse ist das. Was? Schau mal, wie kann der? Jetzt läuft's oder was? Hier an der Wand ist, äh, nice Fuse. Krabbein! Oh, Alter, wie viele Supports und Punkte es für mich gab. Ich glaube, ich hab von jedem Dude fast irgendwie, also von zwei oder drei Leuten hab ich Support bekommen. Okay, glaub ich hab noch erwischt. Hä? Das war um Kampf schon? Das hab ich gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Wow. Hab ich auch nicht gehört. Aber der war auch ziemlich schnell tot. Der war das weg. Drei Kills läuft. Ich denke mal, die gehen in das Drogenlabor. Ähm... Jekyll und von hinten kommen? Ich glaub, das mach ich. Jekyll! Hibana und von oben aufmachen? Oder? Ja. Ähm, kann sich... Ist wieder schwierig. Eigentlich würd ich gerne Capitao spielen und von oben Pfeil reinschießen. Aber auf der anderen Seite hab ich Schiss, dass oben keiner den Job aufmacht. Deswegen nehm ich lieber Hibana. Unfuse! Schon bin ich nur der Einzige, der uns aufmachen kann. Komm schon, Baby! Komm schon! DC! Let's go! Mamma mia! Pizzeria! Vielleicht sind sie ja auch office. Ne, office sind sie nicht. Okay. Also... Hier will ich rein. Ah! Hier unten. Bratz! So... Außen Autoscooter. Dann gehen wir Autoscooter. Ich geh Pfeil tassen. 1,10, 10 Sekunden. Ah! Soll ich oben durch die Trains gehen oder unten lang? Ah! Ich nicht weiß. Könntest oben durch die Trains gehen und zum Job hinkommen und ich Kaffee zum Job und dann noch nur zwei Seiten an. Ja. Wir schneiden die gerne in einer Scherenbewegung. Oh! Was eigentlich nur Frauen intim machen, ne? Oh, ja. Oh, ja. In einer Art Scherenbewegung. Irgendwo... Ich will dafür raus, bittchen. Ich will dafür raus, bittchen. Okay. Kaffee ist clear. Hier. 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 Hier sind Puls. I mag Puls. Alter. Hier war aber gut Action bei mir. ELA und Lieschen unten. Spuk-Restaurant. Hier. ferant. Hier. Leute hier. Fuck mein Arsch. Die haben mich hier hardcore weggehalten. Hinten unten oder? Ja. Bakery und noch immer war hier. Also ihr könntet da eigentlich easy Druck machen. Jetzt wahrscheinlich zu spät, die sind schon längst rotiert. Ich habe eher Angst, dass die hier dann kommen. Ja. Rinn oben. Hele habe ich erwischt, aber wo war die Bakery gerade? Wo ist der ist? Da Spielhalle ist wahrscheinlich noch einer. Ja, Spielhalle ist der Legion. Ich weiß nicht wo Spielhalle ist. Da bei der Toilette. Na, lol. Nein. Komm schon. Nein. Ja. Ich dachte gerade, er stirbt noch an den Vision Damage. Wie viel hat der denn noch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hatte nur Schiss, dass er gleich im Moment umkippt. Das war knapp. Alter, aber die Valkyrie habe ich echt noch gut gehört. Trotzdem war das übertrieben close wieder die Runde. Aber ja, ich gehe Spuk-Restaurant rein, wo sonst nie Action ist und dann lagern da direkt Legion, Ela und Valkyrie und wollen mir das Leben da schwer machen. Unglaublich. Ja, aber wo ist denn? Achso, Spielhalle ist da. Ach da, wo dieses Drogenscheiß auf dem Tisch liegt. Ja, genau, genau. Achso, ich dachte, er wäre auf der anderen Seite. Ah, deswegen bin ich in Deckung gegangen vor ihm. Scheiße. Oh fuck, habe ich. Okay, es kann sein, dass ich FPS-Drops habe. Irgendwie sieht das gerade komisch aus. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Okay. Ja, ich kann nichts mehr machen. Scheiße. Na dann. Kann ich noch, soll ich noch mal aufmachen? Verstärk noch zwei Dinge und dann leg noch die Trap, die du dann bis dahin hast oder so und dann reconnecten. Scheiße. Ist dann auch wieder immer so schön. Weißt du, dieses Game ist ja jetzt auch wieder nicht easy, muss man sagen. Es ist ja nicht so, als würde man das Haus hoch gewinnen. Und dann verlieren wir wieder einen Spieler, weil Rainbow wieder rumdruckt. Nicht schön. Das ist aber nicht so krass, wie die damalige. FPS-Drops. Ich denke mal, ich habe jetzt so 10 FPS oder so. Das geht noch. Ich hatte gerade auch Fahrt-Rubber-Banding. Ich will noch eine Falle loswerden. Fahrt-Rubber-Banding. Falls sicher Szen steht bevor. Primer wird gestartet. Okay. Oh. Vor allem hat der Digger die Rushen so hart, Alter. Er hat noch drei Fallen ausgelegt. Na ja, einer wurde auch schon ausgelöst. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Leute, wie sie rasieren, die richtig schwenken. Scam's gleich vorbei. Digga, wartet noch mit dem letzten Kill. Ich weiß noch nicht genau, wo der Gegner ist. Der letzte. Glaube oben. Ja. Push den nicht, push den nicht. I think he's upstairs in front of the Fale. So noch Dipps. Wie lange brauchst du noch, Alter? Musst du langsam wieder da sein. Ja. Und er ist down. Da ist er. Marvin ist zurück. Rechtzeitig. Lol. Digga, der hat gerade nichts getroffen. Hallo. Das war nicht so gut. Lol. Ich bin nicht mehr MVP. Das ist jetzt die Runde. Ich muss jetzt MVP werden. Ja, ich könnte Road User umbringen. Ja. Du bist bei mir noch nicht mal da. Also du bist online, aber du kannst keinen Jam picken. Bei mir ist dein Teil, dein Portrait leer. Ja, bei mir lädt Rainbow Sixer noch. Also ich höre schon alles. Ich stand gerade Matchball, aber passiert leider nicht. Oh, oh, dann gehe ich mal lieber zurück, damit es nicht gleich anfängt. Aber es fängt jetzt gleich an. 2, 1, go. In der letzten Runde wieder zu viert, obwohl Marvin schon connected. Ach ne, da bist du wieder. Zumindest Rekrout. Jaaa. Rekrout. Ne, kann ich nicht. Nehmen wir Rekrout. GG. GG, Rainbow. GG. Last round. Okay, der erste Platz und ich sind nicht weit auseinander. Das wäre also schon ein Vorteil für mich, wenn ich es schaffe, das Ziel zu markieren. Dafür müsst ihr es allerdings finden. Die sind Büros? Die sind Office, ja. War das da hin? Ja, ich bin gerade Kindertalstätte, wenn ich es noch rüberkomme. Und der Flash ist da drüben. Aber der Flash fährt nicht da hin. Okay, vielleicht schaffe ich es doch noch. Drohnenloch. Markier alles, markier alles, das geht. Nein. Aber. Gut Punkte bekommen. Ich bin trotzdem die Erster, was? 20 Punkte fehlen. Oh, er markiert, er markiert. Digga, wir hätten schon wieder so gute Punkte bekommen. Ich hab doch, ich hab 120 Punkte bekommen, Alter. Was macht der scheiß Capcom da? Der wird wahrscheinlich draußen. Wo kann da denn hingehen, da der Capcom? Hmm. Die gehen hier hoch. Die gehen hier hoch. Und einer rüber. Ja, Baby. Komm schon, ich brauch noch einmal zwei Kills. Komm, komm, komm. Oh, schade. Ich dachte, der Blitz wäre verletzt. Nein, natürlich nein. Ich dachte gerade, ich könnte vielleicht auch helfen. Dann hätte ich zumindest auf 50 Punkte bekommen fürs Hoch helfen. Alter, wie viel da kaputt geht. Ich könnte hier sogar reingehen. Ich scanne nach Geräten im Fall. Hey. Ich scanne nach Geräten im Fall. Ja, das wird er. Ja, das wird er. Ja. 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 Ja, das wird ja auch ein bisschen gefällt von den Lidl Skins. Gehts wieder. Ja. Alpha Pack. Komm schon. Alpha Pack. Alpha Pack. Kein Alpha Pack bei 16 Prozent. Schade. Ich bin auch nicht bei 17 Prozent. Ich bin auch nicht bei 17 Prozent. Wenn ihr euch gefallen habt. Daumen nach oben. Endlich habt ihr den Skin gesehen. Beziehungsweise die Animation, wenn euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.